Sogar die Berge im Hintergrund verschwinden und tauchen auch. Oh, da verschwindet man wieder. Warte mal. Ah doch, jetzt sehe ich sie. Von weiter weg, sieht man. Von weiter weg ist man sichtbar, aber von nahe ist man ein bisschen unsichtbar. Ah, der Staub und der Schatten. Reda und du machst schon wieder komisches Zeug an der Stelle bei Trevor, oder? Genau. Hey, hey. Ne, Farto, bring mich zu dem FBI-Gebot. Fahrzeugzugangsroute. Okay, wir sind schon da. Schönen wir noch. Den Bug gibt es schon lange. Den Bug habe ich auf der Xbox 360 glaube ich. Den habe ich sogar noch gefunden. Den habe ich zu Xbox-Zeiten sogar noch gefunden. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich vermute mal, dass die Lena wirklich eine Siegens. die so lange nicht mehr so gut geht. Es ist vollkommen so alt. Ich bin nicht mehr. Aber es ist vollkommen wichtig. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Das hier ist krass, aber ist das auch in einer Mission, ist das nicht von einer Mission sogar? Ja, das doch immer so. Story Mode. Uh! Irgendwie konnte man sich ja eben mit dem Heli dort rein Und dann würde ich schon mit dem Heli runterspringen Und dann ausschießen geht es wahrscheinlich ab Oha! Oha!